Bau524 Werkzeug Adventskalender. Heute gibt es mal wieder ein feines Werkzeug, ein smartes Werkzeug, was mich wirklich begeistert hat. Und das krasse daran ist, dass man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht sieht, wie smart das wirklich ist. Und damit willkommen zu Tag 17. Ihr kennt sie bereits, unsere flexiblen Adventskalender-Säckchen, wo alles reingeht, was du dir vorstellen kannst. Heute Tag 17 und nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken und auspacken. So. Oh, das ist relativ hart diesmal. So. Und bunt, ne? Oh ja, guck. Ein VH-In-Sechskant-Schlüssel-Set. Was macht es, was kann es, was tut es? Es sind neun Stück an der Zahl. Relativ lang. Es gibt ja diese Sets auch ein bisschen kürzer. Es gibt ja diese In-Sechskant-Schlüssel oder der Markenname lautet ja INBUS, wobei der ja vom Unternehmen INBUS auch geschützt ist. Aber landläufig sagen natürlich viele INBUS-Schlüssel, aber immer noch besser. Was ihr nicht sagen solltet, ist INBUS. Weil wenn, dann INBUS. I-N-B-U-S. L-M-N-U-P. Vorteil bei diesen längeren Versionen ist, du hast einfach ein bisschen mehr Iwan im Ärmel, wenn es mal etwas mehr zur Sache geht, weil du einfach einen längeren Hebel hast. Und wenn du die Länge brauchst, um eine Schraube irgendwo hinzuführen, kannst du hiermit auch besser ran. Es sei denn, du hast wirklich wenig Platz. Deswegen hat natürlich der gut sortierte Werkzeugkasten dann vielleicht noch mal eine kürzere Version, oder eine Ratsche mit Innensechskant-Bits oder oder oder. Fängt ja bei 1.5 an und endet bei 10. Also eigentlich alles abgedeckt. Der Clou bei diesem VIA-Set, ich glaube, da haben die auch ein Patent drauf, ist nämlich das Magazin, ist nämlich die Aufbewahrung. Du hast sie ja alle am Start und du brauchst ja immer nur einen. Um euch das mal zu zeigen, wie das sonst so aussieht, zeige ich euch mal die beiden Konsorten hier einmal von PB-Swiss-Tools. Sehr schön haben wir euch die Austreiber gezeigt. Wir haben ja eine Playlist mit allen Folgen. Blende ich euch nochmal gerade ein. Da haben wir auch eine schöne farbliche Markierung, ebenso wie bei VERA. Aber wenn ich jetzt hier einen rauskriegen möchte, ich muss sie einfach rausziehen, dann habe ich jetzt das Problem, dass mir nicht nur der blaue Schlüssel im Weg steht, sondern auch der violette. Also muss ich die schon mal beiseite drehen. Jetzt kann ich den entsprechenden Schlüssel rausziehen. Wunderbar. Dann kommt er da wieder rein und wenn ich es schön haben will, dann drehe ich die auch wieder zurück. Bei VERA habe ich hier ein Magazin, wo ich hier eine Verriegelung habe. Dann kann ich das Ganze umklappen. Ich komme jetzt hier in der Breite ein bisschen besser dran. Ich bin ja auch neunteilig unterwegs. Aber letztendlich habe ich auch hier das Thema. Jetzt will ich jetzt zum Beispiel einen Violettenschlüssel, den erstmal zur Seite dehnen und dann kann ich es rausziehen. Die gehen hier ein bisschen schwieriger raus. Gut, wenn sie schwierig rausgehen, können sie auch nicht so leicht rausfallen. Diesen Satz habe ich auch schon ein bisschen länger. Ist auch natürlich schon ein bisschen gebraucht. Was ich tendenziell immer gut finde, eine farbliche Codierung. Das haben wir letztens bei den PB Swiss Tools Austreibern schon mal drüber gesprochen. Aber diese Codierung ist nicht über alle Hersteller, über alle Anbieter genormt. Das heißt, du musst deine eigene Codierung kennen. Klar, da gewöhnt sich jemand dran. Und dann weißt du, rot ist jetzt hier ein 6er. Gut, die sind wie gesagt gebraucht. Dass hier diese gelbe Umhüllung hier schon ein bisschen reißt. Und was man hier und da auch liest, haben auch schon mal Zuschauer geschrieben, ist, dass diese Hülsen sich irgendwann drehen. Dass das nicht mehr so nice ist, dass sie dann rutschig sind. Bei dem Set hier ist das noch nicht der Fall. Aber könnt ihr mal auch schreiben unter das Video, ob ihr da Erfahrungen habt. Entsprechend gute oder schlechte. Beim PB Swiss Tools sind hier leider die farblichen Probierungen auch schon abgesplittert. Obwohl ich die jetzt nicht komplett misshandelt habe. Aber das sieht natürlich dann immer ein bisschen schade aus. Klar, du bleibst irgendwo mal vielleicht dran hängen im Werkstattalltag. Und ja, ist nicht so schön. Beim Viha haben wir hier auch schon teilweise Macken dran. Von daher, das sieht immer sehr geil aus, wenn die neu sind. Aber nichts ist für ewig. Da ist es zumindest bei Vera von der Langzeitoptik vielleicht noch ein bisschen schöner. Weil hier splittert ja natürlich nichts ab. Zurück zum Thema, nämlich der Aufbauwahrung. Und das smarte Feature bei dem ist hier, wenn wir an irgendeinen beliebigen Schlüssel wollen, dann machen wir einfach den hier. Wir drehen. Und hier ist nämlich Harnik. Es geht wahrscheinlich hier über so eine Verzahnung. Ist so ein bisschen wie beim Wasserballett. Hier Synchronschwimmen oder sowas. Und jetzt kommst du an jeden ganz einfach dran. Die präsentieren sich hier. Kannst einfach hingreifen. Die sitzen auch relativ fest. Dann gibt es aber noch ein weiteres smartes Feature. Das zeige ich euch mal. Und zwar ist das hier eine Haltefunktion an der langen Seite. Du hast jetzt hier eine Sechskantschraube. Die ist natürlich schon relativ groß und schwer. Aber auch das hält jetzt hier noch. Das heißt, du könntest die jetzt, wenn du jetzt irgendeinen engen Bauraum hast, die dort hinführen und dann eindrehen. Das funktioniert hier über eine Art Sprengring, der hier unten montiert ist. Die Kollegen von Vera haben das auch. Die haben das aber mit einer Kugel ähnlich wie bei einer Ratsche gemacht. Auch das funktioniert sehr gut. Wer sowas nicht hat, ist PB Swiss Tools. Da ist keine Arretierungsfunktion. Preislich müsst ihr mal schauen. Sind alle unten in der Videobeschreibung natürlich wie immer verlinkt. Mein persönliches Ranking ist mit dem Viaset wirklich neu geordnet worden. Ich fand bisher Vera top. Die PB Swiss Tools finde ich von der Verarbeitung, vom Finishing sehr, sehr schön. Stört mich allerdings wirklich so ein bisschen, dass die nicht diese Arretierungsfunktionen haben. Und was mich aber eigentlich immer so ein bisschen nervt. Ich meine, der Jammern auf hohem Niveau ist wirklich dieses rausfummeln. Erstmal wegdrehen von ein paar Schlüsseln, wie ich euch das gezeigt habe. Und das hast du hier nicht. Das ist echt genial. Und das war eine Funktion, die habe ich dem Set erstmal gar nicht angesehen. Weil die sehen sich ja relativ ähnlich so aus. Aber das Knopfhoff steckt hier im Detail. Von daher ist es mein absoluter Kauftipp. Macht echt Spaß. Und das zeigt natürlich auch, dass es in vielen kleinen Details, die man eigentlich denkt, da ändert sich nichts mehr, da auch noch ein bisschen optimieren kann an das Leben in der Werkzeugwelt. Ein bisschen schöner, ein bisschen einfacher machen kann. Und in diesem Sinne, ihr kommentiert, Brockschmann spendiert, hau ich diesen VH-Innensechskant-Schlüsselsatz raus. Was sollt ihr machen? Hashtag Adventskalender. Wie immer mal eure Meinung zu dem Set hier. Zu den anderen Konsorten. Eure Erfahrung, eure Meinung. In diesem Sinne, nicht verpassen. Morgen 11 Uhr, nächstes Türchen mein Adventskalender. Und damit ihr es nicht verpasst, abonnieren, Glöckchen drücken. Und nur noch mal gesagt, es ist nicht wie bei Twitch. Abo bei YouTube kostet kein Geld. In diesem Sinne, tschüss und bis dann.